So Leute von heute, weiter geht's mit Lego und Jana Jones Teil 2, immer noch Kapitel 3, diesmal Level 3 meine ich. Da muss ich hin oder was? Oder hier hoch? Oh ne. Ne, war schon richtig, alles klar. Okay, das ist also unser Endgegner. Ich soll mir erstmal hier alles ein... oh. Ah, Klineter. Komm, da kann ich ein Sperr nehmen, wenn er mich mit Sperren bewirft, dann kann ich das auch... Erwischt? Oder wie? Zuck. Ne, das macht ihm nichts. Ja, also alles klar. Ah, so, ja, okay, da brauchen wir in die. Oh, schau so. Okay, ja, das sollte eigentlich recht einfach sein, ne, da oben. Einfach das mal so einstellen. Sollte es das gewesen sein? Äh? Äh, ja. Okay, was haben wir denn da jetzt gefunden? Keine Ahnung, aber wir werden es wohl brauchen. Au. Scheiße. Ich glaube, jetzt verstehe ich, worauf das hier hinausläuft. So. Au. Oh, nicht runterfallen. Ich glaube, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Alles klar, und das denn da rein. Okidoki. Oh. 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 Ah, läuft, läuft. Großartig schwierig ist es jetzt nicht. Okay, was auch immer das gerade war. Aha, aha. Wozu brauchte ich jetzt den Schlüssel? Hm. Ah, hierfür oder was? Na, so neugierig bin ich jetzt. Das werde ich jetzt mal aktivieren. Ach so. Ah, logisch, logisch. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ah, so. Na, haha Alles klar Ja, komm her, Junge, jetzt kriegst du ein paar Oder wie soll das laufen? Nee, das hat ihm doch wehgetan, oder nicht? Nee, das macht ihm nix Was ist denn jetzt hier los? Oh Hmm Also das ist natürlich jetzt lustig Sehr lustig Komm mal mit hier Ich schmeiß ihn jetzt einfach mal runter Oh Will er nicht, oder was? Hä? Au Ja, ich glaube, ich muss ihn da irgendwie so Da drauf tun irgendwie, habe ich das Gefühl Genau Jetzt habe ich dich Komm mal mit Freundchen Nicht erwischt, ne? Scheiße Nee, immer noch nicht Erwischt Und gleich nochmal Wo willst du hin? Oh Komm zurück Heitsche ist wirklich gut Erwischt Okay Ja, da haben sie unseren Kollegen entführt Dem müssen wir auf jeden Fall Dem nach Da müssen wir auf jeden Fall hinterher Und den wieder retten, so wie es aussieht Ähm Ja, das war auf jeden Fall die Mission Bis zum nächsten Mal Und tschüss